Wann geht's hier los jetzt endlich? Wo sieht man das denn? Na, mach einfach. Ist das auflachen? Es ist an. Leuchten jetzt vom Boden. Leuchten schon mal. Geht's los jetzt? Soll ich anfangen? Ja. Mach du mal. Ja, ich bin der Ryan. Ich bin aus Österreich. Ich bin in Muntefing geboren. Musik ist mein Leben. Gute Laune ist mein Leben. Das Schlager ist mein Leben. Die Lauer. Ein bisschen. Ja, das ist einfach. Wir haben jetzt sauber zu Skriven aufs Gesicht, wenn ich in die Lauer renke. So ist mein Projekt. Na ja, du bist gut. Ja, ich bin der Bobby Boxer. Super, mit dem Ryan da zusammen. Das ist, das ist, das ist klasse. Ja, wir zusammen oder? Oder jetzt einzeln. Was meinst du? Ne, zusammen. Ja, machen wir Musik. So ein paar Tage. Ja. Ja, das war irgendwie letzten Donnerstag. Letzten Donnerstag. Wo wir wieder mal zusammen mit Melody gesessen haben. Und an der Karaoke war. Und zusammen I Will Always Love You gesungen haben. Und da ist uns aufgefallen, dass unsere Stimmen wirklich perfekt harmonieren. Und ähm. Ja, seitdem haben wir dann die Lochhänden gemacht. Und dann die anderen. Und dann, man. Ja, wir haben die Lochhinglauhe. Wir haben die Lochhinglauhe. Wir haben die Lochhinglauhe. Wir haben die Lochhinglauhe. 50 Cent. Jens! Ich denke, das kann man nicht planen. Nein. 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 Ja, da kannst du vielleicht was dazu sagen. Naja. Die Heide Winkebücher galten ja auch lange Zeit als so ein Verfilmer. Und so wird das unsere Musik sein. Vielleicht wird es irgendwann eine Bühnenshow geben, die das Ganze echt auf die Bühne bringt. Aber... Nein. Wir sind die Locher. Das ist Ryan da. Mein Name ist Bobby Buchse. Und wir wünschen euch... Na, was ihr euch halt wünscht, ne? Frohes Fest. Ein frohes Fest auch. Okay. Ciao. Und viel Spaß mit der Platte. Kauf die Platte! Kauf die Platte! Yes! Und zwar.